Wow, das ist genau der Wir-Können-Alles-Erreichen-Sinn, den wir von unserer Herbstbeiprinzessin erwarten. Los, wir alle zusammen. Ganz bestimmt. Na und auf. Alle Diddeli-Dings. So ganz alleine ist man einsam. Doch ab heute handelt alle gemeinsam. Mit eurer Hilfe wird es gehen, wenn wir alle fest zusammenstehen. Einigkeit ist unser Ziel und das bedeutet uns sehr viel. Seid bereit, macht alle mit und geht mit um den ersten Schritt. Wir wollen den Teamgalt heraufbeschwören. Eure Stimmen sollt ihr jeder laut hören. Gemeinsam werden wir stark sein. Drum bitten wir schon alle mit uns ein. Seid nicht, wie wir zusammenhalten. Und mit unserer Kraft alles neu gestalten. Seid nicht, wie wir zusammenhalten. Jetzt gehen gemeinsam wollen wir alles völlig neu gestalten. Einigkeit ist unser Ziel und das bedeutet uns sehr viel. Seid bereit, macht alle mit und geht mit uns den ersten Schritt. Einigkeit ist unser Ziel und das bedeutet uns sehr viel. Seid bereit, macht alle mit und geht gemeinsam den ersten Schritt. gleichzeitig mit unsererشرste Schritt. Ich gehe jetzts Enough- Übersассchritt. Und das ist unsere Ziel